so leute heute geht es hier weiter ich bin ja noch bis hierhin gerannt bis zur safe zone und habe mich mal kurz neu ausgerüstet aber ich werde ab heute nicht mehr alleine spielen in diesem let's play sondern es werden noch entweder ein oder zwei andere mit dabei sein und heute sind erst mal tobi und knochen dabei und dann wünsche ich euch viel spaß bei der folge okay kann los so allein kommst du jetzt er ist wieder ein baum kommt vor ich habe mich an die gruppe ein dort wo willst du hin nach campus lad mich erst mal ein aber nicht an der historie er kommt nicht erlaubt das war der große ich glaube ich im Gegensatz zu mir ich bin an die kamen Prozent der Schläger sicher er die doch noch alle Baseballschläger du hast aktiviert oder die Hälfte gut ausgerüstet und weiss denn was kommt gut und es kann was kann sich erschießen schön ich dich auch wieviel schuss hast du einundachtzig fuck ich hab 40 was ist der vorteil an einem d mark oh gott ich brauch soviel xp für mein nächstes äh wie heißt es erfahrungsteil für den nächsten skill ja skill das wort ist nach dem Hauptcharakter wollen auch noch was ganz schön viel voll übertrieben wenn du den letzten überlebensbildern willst brauchst du 20.000 xp was die davor ich habe und für den davor 15.000 die Leute ich bin direkt ja das und für den Tobias den Zuhörer Antibiotics ja und nachsicht ich bin davon und untergefallen und für den drittletzten bei überleben brauchst du 10.000 xp okay ähm will irgendjemanden aufsatz von euch was hast du denn ähm Vorderangreif SMG-Griff Gewährlaser Army äh das Army äh Visier Taschenlampe und kompaktseller Ohr gib mal den Laser es hat noch wie so ein Teil du magst du kriegst den da aber Schwäzer Armee kann ich gar nicht auf äh die AKM aufmachen oder jetzt hab ich auf der Kopf ist ein Boot er kommt dann gibt die Taschenlampe es ist auch so auf seinem Kopf ein roter Punkt ist jeder die sich die Pistolenlampe die ich hab so aus dem Gewehrlampe es ist egal jetzt kann ich nur Scope schießen ja das ist echt geil ich hab ich sie gehen den Laser ich möchte mal auf mich ich bin grad im Gesicht ja ich sehe den sogar Leuchte dir grad direkt ins Gesicht echt wohnen die seh den gar nicht jetzt ist es hier im Gesicht oder vielleicht brauchst du dafür die ja 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 den hab ich auch gesehen lol okay Baseballschläger Alter hier steht ein Tommy auf ich glaub der wollte dich überraschen hat auf dich geratet das war eine Überraschung da wird jetzt so ein Zirpton fehlen okay fünf Leute auf dem Server zwei Gegner wow die holen wir weg wahrscheinlich sind sie am Airport oh ne ich hoffe nicht also ich hab keine Lust mehr auf Airport ein Charakter von mir mein bester Charakter also mein bisher besser Charakter steht auf einem Flughafen auf irgendeinem Feuerwehrauto mit meinem bin ich von mal hierher gegangen da hab ich bei bei dem obersten Skillbaum jetzt schon ähm fast da fehlen mir nur noch jetzt zwei Skills ja für überleben hab ich auch schon sechs oder sie bei überleben hab ich glaube sechs und bei den zwei anderen hab ich sieben hoffentlich kommt bald das neue Update ja stimmt wär mal geil geiler wär auch ne neue Karte oder sowas oh unser Daydreamer ist gar nicht im Partner Look hat keinen grünen Helm oh gar keine Weste an oh dafür wenigstens so ok also sie ist grad abgeschmiert aber wir machen jetzt trotzdem weiter ok wir können ja mal den Stein zeigen wo wir grad drin waren ja also zumindest ich ich war in einem Stein drin Jo ja Tobi auch das sah voll geil aus und zwar nicht häufig aber ich war im Stein drin warte wir können ja zu dem Stein hinlaufen und zeigen nee ach komm nicht das nochmal abstürzt was und halt danke da rein was hast du da rein da ja wo ich grad hinlaufe ach dann laufen wir auch wieder zu unserem Stein und unser Stein wie ist mein äh äh mein Laser nee ich grad nicht ah jetzt ne warte das ist der war auf der anderen Seite der schöne Stein gell cool ich schwebe jede gewaltete Formen doch mal groß wird wenn ich mal kurz die schwebt durch die Gegend ja super einwandfrei ja ich bin ein UFO wir müssen jetzt sieht man schön hier auf der freien Fläche ich stech dich vielleicht ab wozu ich spring mal kurz auf den Stein in dem ich drin stand ich auch wunderschön in einem Stein zu stehen ah ist abgestürzt echt jetzt ja ich bin raus Alter was ist denn das warte ich versuche nochmal beizutreten ja wir geht schon mal ein bisschen rein oder Tobi ja warte ich dass da jetzt ein Zombie vermisst oder verdammt aber wenigstens werden wir mal die ganzen ländlichen Hacker gebannt ja das ist echt gut oder ja aber auch mal das ist krass zu sehen wie viele ja da sind dann ja fast alle fünf Minuten in so einem Tyranten aufmachen öfters glaube ich da noch ein bisschen da ja ich stehe nein ich bin auf dem Stein rausgekommen ich stehe wieder im Stein ach was warte mal kurz ein naja hab ich kaputt jetzt muss ich mich nur an den Zombies vorbei schlagen ja so viele sind da ja nicht mehr man kann ja da reingehen wo wir reingegangen sind da müsste nicht mehr so viele sein da braucht das ist so geil wenn man hier mit den Autos fahren kann ja aber schon mal vor du könntest so richtig fetten Hamm wie fahren einmal durch die Stadt durch da liegt ein Magazin ja die Schicksal da hab ich einen Zombie mit meinem Baseballschläger verbesügelt he 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 echt ich dachte du brauchst mehr mit dem äh Metallschläger ne ne schade dass man hier in das Haus nicht rein kann in das Hotel hier ist ja voll nice also drei Kopfschläge lang ist der Zombie hier ach cool ein Magazin noch ein Magazin ja für die ähm ja ich ähm M4 M4 ähm ähm M4 M4 ah ok hab ich aber nicht dabei ich hab ne B92 ja bitte ich bin ja M4 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 Alter hätte Zombies grad in den Stein reingefallen lol ja als bin ich wieder da das hier ist die Schule wo man reing ja genau lass mir hier reingehen die ist voll bewachsen voll schlecht gepflegt ja ja wir machen M4 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 M5 Ska M6 M5 M6 M4 okay M6 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 M4 mitgenommen der Raum ist leer aber hier lebt was ist der Trafoball noch ein Schläger der Ziele und alle leer seiner Flächen oben ich bin aber ich hörte es ich gehe Ok, ich geh mal raus hier, auf den Spielplatz, da gucken. Ich durchsuche mal das dritte Stoffwerk. Ansonsten springst du dir runter. Pass auf, dass du keinen Damage kriegst. Ne, der wird zum Spiel ist vorder. Wenn du kurz rauskommst, dann siehst du's. Oh, wir sind schon, wir sind schon schon acht auf dem Server. Komm mal nach oben, ich steh hier oben. Über dir. Da kannst du runterspringen. Leider unter dem Tisch liegt was, wo ich nicht ran komme. Was, echt? Ja, dann ist es irgendwie unter dem Tisch gepackt. Es sieht aus wie ein Bony-Hut-Letter, aber den brauche ich nicht. Sollte jemand mitfippen? Geht leider nicht. Du bist zu dick. Keine Physik-Engine. Was nimmst du denn? Äh, gehen wir jetzt ein bisschen Park an, Wilma. Da in die Polizei und in den Arzt. Das ist das erste Mal, warte hier seitlich, kann man durchlaufen und dann kommt man direkt in den großen Supermarkt. Die, irgendwo hat es doch hier noch ein Dach, wo man drauf kann. Ne, das war, das war nicht die Schwiege. Okay. War verdammt. War wirklich ein großes Supermarkt rein? War ich lieber ein paar Kabel rechtslang. Ja, komm, mal mehr Kabel. Jetzt sind halt Zombies, also ich spiele auch jeder. Ja, ich nicht unbedingt. Obwohl, doch, könnt ihr eigentlich auch mit dem Charakter gebrauchen, aber... Ein Zombie von hinten. Wir wollen uns drehen. Ja, du hast direkt gepunkt. Pass auf, renne ich einfach durch. Gehst du hoch? Ja. Warte. Bisschen langweilig. Und der Polizei liegt meistens in M4-Semi oder irgendwer sowas. Im 16 hab ich doch schon mal gefunden. Gut. Ich lauf jetzt von hinten an den großen Supermarkt dran. Mach doch. Ja, tu ich auch. Ich hab keine körperliche Kabel gefreut. Oh, du bist... Du willst. Du willst mein 000m? Ne, ich hab keine Kabel gefreut. Ich hab keine Kabel gefreut. Also, ich hab keine Kabel gefreut. Ich hab nicht! Weißt du nicht. Bisschen zu Bisschen einfach. Warten mal, dann rufst du gleich mal das Kabel gefreut. Warten mal, dann rufst du gleich das Kabel. Rufchen. Was ist das zwei Mal, dann rufst du... also wenn ich in Schwierigkeiten gesagt ich habe der Landtag bei uns und leuchtend ist wohl links dann schieße ich damit ich hab jetzt ein Kopp Skop auf die Gewehrlampe und Motorgriff vor allem die AKM ist ja auch nur Einzelschuss und dann Kompaktfernrohr das ist auch fast ein Sniper ich überlege ob ich jetzt mein Zombie-Abschießen so aber hat gerade ein paar geschossen mein Baseballschläger in sich das war Möbel und sind bis hin doof Oho ich hab da ein paar gepult derjenige der Sepult kümmert sich dran ja dann will ich auch hier ein bisschen weiter schieben ja aber ich knall nicht alle ab weil oh verdammt okay komm hier holt die Schüsse lieber auf ja da haben wir noch hinten zum Arzt, der müsste nicht hinter der Polizei sein wollte ich auch quattern ja ich schreibe den Paarplatz auf ja aber pass auf dass du nicht auf Spieler triffst oder so weil wir sind 8 auf dem Server sehe ich keinen hab ich spiel jetzt in den Supermarkt rein deswegen bin ich hier schließlich hergekommen ich will billig einkaufen jetzt wo niemand mehr in der Kasse sitzt aber jetzt einkaufen die einfach nur wenn du Geld dafür bezahlst ja dann klau ich es halt ich wollte schon sagen ach so ich muss jetzt ein paar mal vielleicht schießen ja mal gucken was ich finde da ist ein Schokowiegel da ist ein Schokowiegel da ist ein Schokowiegel ach ich geh mal systematisch komm mal hier kannst du Tobi komm mal hier kannst du rüberspringen aber wie geht das doch ja nur für Tüten nur für Tüten nur für Tüten weil sind Chips aber nichts gescheites und schon wieder wurde einer gewandt ja hier in Meldouts ich weiß jetzt doch mal was oh da Leukas Impfstoff also falls jemand infiziert ist oder so und so Leute ich hab den Luca nicht mehr oh komm was zum Wies gehen wir noch nach der Hände zu den paar Häusern ja würde ich auch sagen also in dem Markt war gar nichts ich glaube ich hab nur einen Liter Wasser ich hab einen Liter Wasser ein Schokowiegel und ein Instant-Tafel-Brei ja da liegt doch meistens nicht so viel ich sag's total ne muss Gott mal Linsen auf die andere Spiegel nehmen ah ganz klar Lars ich kann jetzt getrost heute noch Geld gut mit deinem Geld was los ich hab einen Impfstoff ja hab ich auch dabei ich geh mal hier mal kurz rein ja da wird nicht viel drin liegen oder ja erstell ich mich ich es ich es das ich es nicht es